Das ist die lustigste Minecraft-Animation auf der ganzen Welt. Der kleine Steve ist auf jeden Fall am Start und er fängt schon mal an, jetzt hier gerade den Baum abzubauen, Freunde. Heute soll es erscheinen, mega witzig werden, oh nein, guck mal, das Ganze, äh, oh, er ist schon direkt gestorben. Also, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell am Minecraft gestorben ist, ne? Oh, ja, 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 okay, ich bin jetzt hier, oh, er geht in Multiplayers rein, okay? Kann er da vielleicht mit anderen Leuten spielen? Welche werden wir heute noch sehen? Das werdet ihr auf jeden Fall alles erfahren in dem Video, Freunde, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Okay, Steve ist jetzt in dem Server drin und X-Troller irgendwas hat gerade schon mal Hallo geschrieben. Guck, da ist er. Oh, ich glaube nicht, dass der den heute helfen wird, Leute. Guck mal hier, der hat so ein, was ist das denn, ein Obama auf, yo, was macht der denn jetzt hier, ne? Also, der macht hier aber gerade verbotene Dinge, Minecraft-Freunde. Okay, oh, er macht jetzt hier, oh, so eine TNT-Falle einfach hin, Leute. Oh, wie belastend. Oh, oh, okay. Oh, oh. Oh, ich glaube, der hat gerade jemanden umgebracht. Aber das Ding ist, und der Steve hat jetzt schon mal die ersten, äh, ja, Sachen an sich genommen, Leute. Erstmal hier, Brustplatte, äh, Helm und sowas. Gamer Pro 2001. Oh Gott. Was macht, was macht, der farmt, glaube ich, gerade unten. Ja, der sieht die Diamanten gar nicht. Ja, guck mal, der eine schreibt gerade, wo sind meine Sachen, der gestorben ist. Also, er hat ja auf jeden Fall gerade schon mal Diamanten gefunden. Wow. Yo. Einfach Dream, Leute. Der immer diese Speedruns macht. Und zack, ähm, wurde Steve gerade leider von dem Dream geholt, ne? Was ist das denn jetzt hier für ein Schaf, Leute? Steve? Genau. Schnappt ihr die Wolle von dem Schaf? Oh, Leute, das arme Schaf. Ist ganz traurig jetzt. Oh, guck mal, das ist Alex. Okay. Hallo, Alex. Hallo. Oh, wer ist das denn? Wer war das denn, Freunde? Oh, der baut der Bilderman. Der baut erstmal jetzt hier ein richtig, richtig schönes Haus. Sieht ja schon mal sehr gut aus, muss ich sagen, ne? Okay, Steve. Oh Gott, ganz, ganz viele Kühe. Was geht denn jetzt hier ab, Leute? Wo kommen denn die ganzen Kühe her? Alter. Und, ey. Oh, noch die ganzen Villager, Leute. Ist ja übertrieben am Leggen jetzt hier gerade in der Lobby. Ah, der Legit Gamer, Freunde. Ach, der aktiviert natürlich den X-Ray und sieht natürlich dann direkt, wo die Diamanten sind. Ich glaub's ja nicht, Freunde. Unglaublich, Leute. Einfach jetzt hier X-Ray angemacht. Okay, was sind das jetzt hier für Sachen? Oh, kleine Hühnchen. Hallo, kleine Hühnchen. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Oh Gott. Da lief aber gerade ein nicht so lebendiges Hühnchen. Oh, ist das Notch? Ey, das ist Notch, Leute. Der Entwickler von Minecraft. Oh. Hallo, Notch. Wie geht's dir? Er redet nicht viel, oder, Steve? Ne, ich glaub, er redet nicht so viel. Oh Gott. Okay, alle müssen jetzt anscheinend zu Bett gehen, Leute. Wenn jetzt alle zu Bett gehen, dann kann's auf jeden Fall wieder nächsten Tag werden in Minecraft. Oh. Hä? Was ist los? Er kann nicht mehr schlafen. Er ist glaub, es sind irgendwie Monster oder so in der Nähe, ne? Oder doch, jetzt kann er schlafen. Äh. Immer noch nicht. Leute, irgendwer steht die ganze Zeit wieder auf. Hä? Er, glaub ich, ne? So, komm schon. Hallo? Achso, er weckt ihn jetzt, glaub ich, auf oder so, ne? Hä? Los, geh schlafen. Der schläft, glaub ich, gar nicht, ne, Leute? Hallo? Okay, jetzt. Ah. Jetzt hat es funktioniert. Ah, der Gamer Pro, natürlich, Leute. Einfach unten in der Mine. Und, oh, Diamanten, Freunde. Jawohl. Zack. Und der Tier, guck mal, Diamanten. Und, oh. Hier ist schon wieder ein Schaf am Start. Oh, hallo, Schaf. Und Dinnerbone. Was soll denn das denn? Was ist das denn für ein Name, Freunde, für das Schaf? Das hab ich auch noch nie so gesehen. Aha, Alex, oh mein Gott. Wo ist der Panda hin? Steve, los, komm schon. Nein, grab dich nicht direkt nach unten. Das darf man nicht. Das ist verbotene Minecraft. Oh, oh. Ist er grad in der Höhle gelandet? Oh nein, das ist ein Creeper. Oha. Was war denn jetzt gerade los? So, okay, GamePro. Geh mal. Ach, er macht jetzt ein Enderportal. Nein, so funktioniert das, glaub ich, nicht, Kollege. Ähm, das ist ein bisschen falsch. Was? Aber du kannst ja... Was? Als ob er jetzt so ein Enderportal gemacht hat. Wie hat er das denn jetzt gerade gemacht, Leute? Okay, geht der Steve hinterher? Geht er jetzt auch ins Never, Freunde? Oh. Die ganzen Wurferskeletts machen jetzt hier schon richtig Party im Never, Leute. Anscheinend gehen wir jetzt ins Never und checken das mal ab, was da so abgeht, ne? Angekommen im Never, Leute. Oh, 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 oh. Okay, hat anscheinend mal schon irgendwie Eis auf den Boden oder so gesetzt. Warum auch immer, Leute? Einfach Eis auf den Boden? Wow. Alter, unser Steve wird gerade einfach weggehauen, ne? Oh, oh, Schweini ist da, Leute. Oh, oh, die riechen noch was. Oh, nein. Was? Die Schleck... Ach so. Das sind die Piglins, Leute. Die mögen ja so gerne Gold. Und dann geben sie halt immer Items, ne? Okay, was hat er jetzt hier? Oh, ein Bett. Ich würde, wenn ich du wäre, nicht schlafen gehen im Never. Also, ich würde es nicht machen. Also, es ist nur so eine Empfehlung. Oh, Gott. Kollege, mach es nicht. Geh nicht schlafen, GamerPro. Nicht im Never schlafen gehen. Tu es nicht. Oh, oh. Ah. Ah. Wir wissen, glaube ich, alle, was passiert, ne? Und... Hä? Ah, nee, das war, glaube ich, nur am Ende, ne? Das ist explodiert. Das war, glaube ich, nicht im Never. Ach, guck mal, dann lag ich doch gerade falsch. Okay, die Sonne geht wieder auf, Leute. Die Nacht ist vorbei. Und GamePro ist wieder aufgewacht, Leute. Okay, jetzt ist er aufgewacht. Und? Ja, so, genau so. Guck, ich wollte es doch sagen. Das explodiert doch. Einfach explodiert, Leute. Da hatte ich doch recht gehabt. Hallo. Der Block. Block, Block, Block. Noch ein Block. Und ab in die Lava, Leute. Und das war's mit dem, ne? So, Steve, geh da und streichel mal den Hund. Oh. Willst du ihm Gold geben? Eine kleine Goldmütze? Oder was soll das sein? Guck mal, er sagt, hallo. Hallo, ich bin hier angekommen. Mhm. Okay, das heißt, anscheinend möchte er jetzt, glaube ich, irgendwie den Hund... Ach, der Papagei ist hier da mit der Stadt. Oh, Leute, jetzt... Oha, was macht er... Was macht er mit seinem Po backen, Leute? Was geht hier... Was ist hier los? Okay, wer bist du denn? Eric. Eric. Ach. Ja, Mann. So muss das sein, Eric. Schön aufbewacht am Strand. Genau. Schön. Weiter gehen jetzt hier. Genau. Schnappt der jetzt so richtig... Oha. Der arme, Leute. Er wurde einfach verprügelt, leider. Eric hat es leider nicht lang überlebt, ne? Er hat es leider nicht lang überlebt. Aber GamePro 2001 ist hier wieder am Start, Leute. Und buddelt sich... Ah, das ist gerade... Einfach... Oh mein Gott. Er hat Bedrock abgebaut, Leute. Wie ging das überhaupt? Er hat überhaupt Bedrock abgebaut. Okay, jetzt haben wir hier... Oh, oh. Pass auf. Das ist eine Hexe. Ich würde nicht hingehen, wenn ich tue... Ja, und jetzt bist du vergiftet. Und jetzt kannst du erst mal schön bis zum halben Herz runter. Außer du trinkst natürlich Milch. Also der... Genau. Schnappt der am besten jetzt von der Kuh die Milch mit dem Eimer. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott. So funktioniert es aber eigentlich nicht. Oh Gott. Die arme Kuh wurde leer gesaugt, Leute. Die wurde einfach leer gesaugt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, er ist schon wieder am Speedrun, Leute. Zack, 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 zack. Und dann schnappt sich wieder die nächste Kiste. Alter. Läuft auf jeden Fall. Oh, guck mal, eine kleine Biene, Freunde. Eine Biene und der Eisengolem. Wie cool ist das denn? Und jetzt sind die sogar, glaube ich, Freunde oder sowas, ne? Oh, wie süß. Oh, oh. Achtung. Großer Schleim ist am Start. Ja. Oh. Was? Er hat einfach zugestochen. Und zack. Okay, er hat schon mal den ersten Schleim anscheinend geholt. Aber der kann ja ins End gehen. Das ist das Endportal. Es wurde anscheinend sogar schon gelegt im Multiplayer. Das heißt, wupp. Rein ins End. Und er ist jetzt hier am Ende am Start. Und da ist der Enderdragon, Leute. Und Dream ist schon dabei. Und will mich den gerade holen. So, komm schon, Steve. Schnapp dir. Ah. Wer ist das denn? Hä? Irgend so ein anderer. Oh Gott. Der Enderdrache kommt. Oh. Der andere wurde einfach gerade geholt, Leute. BGCh1 wurde einfach gerade vom Enderdragon geholt, Leute. Eieieiei. In der Arme. Okay. Mal gucken, ob der den... Was? Der Enderdragon ist halt einfach von alleine draufgegangen. Und da ist einfach das Ende jetzt. Was, Leute? Wir sind hier gerade bei so einer... Was ist das für eine Tür? Ah. Der richtige Minecraft-Steve. Das war anscheinend also alles nur ein Traum. Oder so? Oder... Nee. Minecraft-Steve ist jetzt anscheinend wieder in der Welt zurück. Und ein Troller ist wieder am Start. Und... Äh. Es fängt alles wieder von vorne an? Oh, oh. Polizei. Das ist hier die Baupolizei. Das ist, äh... Gebaute ist nicht erlaubt, Freunde. Und Steve ist erst mal raus. Er wurde gekickt. Beim Atmen. Das war's auf jeden Fall gewesen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Checkt ihr bei mir das aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.